Hier hätte ich gerne eine Maske, ey. Bei jedem Gezumpel, weil diese komischen Piekser da an der Wand haben so richtig bescheuerte Hitboxen. Siehste! Das meinte ich. Jo. Da haben wir aber gerade Glück. Schon wieder. Ah. Ich glaube, wenn man da die Plattform direkt bekommt, dann muss man auch hinten nicht viermal warten bei der einen Stelle. Aber ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, weil es ist ja schon ziemlich weit weg, ne? Ich denke eigentlich so, dass das so eins nach dem anderen irgendwie getriggert wird. Und nicht irgendwas da vorne und dann da hinten. Mann, ich stand doch schon drauf! Lordi83, du streamst ja auch mal wieder ein paar Jahre her, als ich dich das letzte Mal erwischt habe. Dein Name sagt mir auf jeden Fall noch irgendwas. Aber ich habe die ganze Woche schon jeden Tag gestreamt. Aber keine Spiele, sondern gebastelt habe ich. compte hochz 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 Jetzt juckt auch noch meine Nase. Okay, okay, ist okay. Oh. Okay, das haben wir ganz gut hingekriegt hier, aber uns fehlt eine Maske. Die Kiste kannst du ruhig noch mitnehmen, du Spacko. Und du warst die ganze Woche schon auf Stream, das habe ich nie mitbekommen. Ich habe das Spiel noch vor mir, wenn ich dir so zuschaue, wird das ja ein richtiger Spaß, das Game. Ja, das Game an sich, also es gibt Level, die sind einfach, es gibt Level, die sind richtig scheißschwer, die sowieso schon scheißschwer sind und dann auch noch Goldredikt erholen. Es ist wundervoll. Ähm, aber ich muss, also Teil 1 ist mit Abstand der schwerste. Was er ja sowieso eigentlich schon ist. Aber mit der Zeit dann noch zusätzlich ist nicht ohne. Und das ist ja eigentlich auch nur das Zusatz Level mit F Level. Äh, was im normalen Spiel ja eigentlich gar nicht dabei ist. Nein! Ich habe das schon wieder da verpasst. Spielst du es dann auch auf der Playstation oder am PC? Weil Rick meint am PC, weil das dann mit 60 FPS läuft, dass das wohl einfacher wäre. Wegen den 60 FPS. Aber das ist nur das, was Rick sagt. Ich kann dazu jetzt, äh, selbst nichts sagen, weil ich das weder am PC gespielt habe, doch irgendwie anders als 30 FPS. Das geht nicht, Julia! Mann! Äh, das Goldredikt von Hanging Out. Hanging Out. Hanging Out. Ist das... Hanging Out ist das doch das, ähm... Das Abwasser Level, oder? Also eins der Abwasser Level. Ja, das letzte. Und ich habe auf jeden Fall, bei einem habe ich auch relativ lange gemacht. Aber das waren halt nie Fehler vom Spiel irgendwie, sonst war ich immer selbst dran schuld, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich muss gleich nochmal was trinken. Oh Gott, er hat das schon wieder getan. Kanalaktion. Ist okay, ist okay, alles gut. Dafür kriegen wir jetzt hier die Plattform ganz gut. Oh, nicht schlecht. Genau so meine ich das. Das war super. Ich kriege das nicht auf die Kette hier, ey. Aber ich muss mir dann einfach zutrauen, an dieser einen Stelle da drüber zu rennen. Oh, da war es knapp. Warum fängst du denn schon an zu mischen? Oh, da war es knapp. Warum fängst du denn schon an zu mischen? Ich glaube, da wird heute nichts mehr mit Spyro 2, mit Crash 2. Ach komm schon, ey. Top Start. Top Start. Top Start. Das ist jetzt schon wieder nicht geklappt. Hallo Crash Felix Bandicoot, 88. Du hast die Ehre, mir beim Verlieren zuzusehen. Ah, das war auch knapp. Hm, jetzt haben wir wieder die Stelle, weil ich nicht durchgelaufen bin, dass ich hier wieder 5 Minuten warten kann. Ah, wir haben ja Zeit. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Sehr gut. Okay, zwei Masken. Yes, okay, zwei Masken behalten. Okay, da warte ich nochmal ab. Was tue ich hier? Hilfe! Oh, Ficken! Ach man. Haha. Na gut, stirb halt. Wenn ich einmal bis nach ganz oben kommen würde, ne, das wäre schön. Aber nein. Ich kriege die eine scheiß Plattform da nie. Jetzt hat er das schon wieder. Ich hasse das, wenn er es tut. Ach man, wie lange machen wir denn schon überhaupt? 42 Minuten. Ist ja toll. Nur nix gerissen. Das ist da schon wieder so ein beschissenes Timing, ey, ich krieg's. Gut, gut. Oh, doch noch geschafft, ich dachte, das wird nicht mehr funktionieren. So ist gut. Okay, komm ich nicht mehr dran. Toll. Ich würde jetzt auch natürlich interessieren, warum mein Handy gerade vibriert hat, aber ich kann ja gerade nicht drauf gucken. Gut, nehme halt die zwei Sekunden da unten auch mit. Okay. Ich weiß, äh, jetzt warum. Komm, komm. Untertitelung des ZDF, 2020